DAB, Digital Audio Broadcasting, digitaler Hörfunk. Eine neue Radiogeneration wächst heran. Ton alleine reicht also nicht mehr, auch ein Bild muss bei. Schließlich wollen wir die Zeit im Stau sinnvoll verbringen, informiert und nach Wunsch unterhalten sein. Das Radio des neuen Jahrtausends, doch was ist das eigentlich? Was kann es, wie funktioniert es und was können wir davon erwarten? Punkt 9.45 Uhr ging DAB auf Sendung. Thüringen ist damit einen Schritt vorangekommen in Richtung Multimedia-Zeitalter. Der Mitteldeutsche Rundfunk ist an dem Projekt beteiligt, aus gutem Grund. Wer hier den Anschluss verpasst, der wird sich sehr schnell auf der Standspur der neuen Datenautobahnen wiederfinden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird alles tun, um dieses Schicksal nicht zu erleiden, sondern an den neuen Möglichkeiten beteiligt zu sein. Das Pilotprojekt ist nach den Worten von Ministerpräsident Bernhard Vogel ein Test für die Zukunftsfähigkeit von Hightech in Thüringen. Einheimische Unternehmen haben an der Entwicklung von Hard- und Software für das Digitalradio mitgewirkt. Neben dem MDR sind auch drei private Radiosender beteiligt. Außerdem speisen Anbieter wie der ADAC, Presseagenturen und Tourismusverbände Informationen in das neue Multimedia-Netz. Für den Empfang bedarf es jedoch noch einiger Voraussetzungen. Das ist ein herkömmliches Autoradio. Und das ist ein neues DAB-taugliches Autoradio. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Der Unterschied liegt wie so oft im Detail oder besser gesagt im Kofferraum des Autos. Für den neuen Service braucht man zum Radio noch ein digitales Empfangsteil und einen Rechner. Dann ist die Freude am digitalen Empfang fast komplett. Denn um all die zukünftigen programmbegleitenden Daten zu empfangen, ist noch ein kleiner LCD-Bildschirm nötig. So ausgerüstet ist bisher nur er. Olaf Stepputat, DAB-Projektleiter in Thüringen. Was kann das digitale Radio eigentlich? Mit DAB kann man überall im Auto oder zu Hause viele Programme auf einer Frequenz in CD-Qualität empfangen. Und darüber hinaus auf einem kleinen Mini-Display aktuelle Informationen sehen. Die Zukunft, die heute für Thüringen begonnen hat, ist bereits seit einem Jahr in Berlin, Bayern und Baden-Württemberg Alltag. Dort ist es also möglich, über DAB Informationen abzurufen. Ein Hotel gefällig, eine Museumsempfehlung oder eine Wettervorhersage? Kein Problem. Doch Digital Audio Broadcasting kann noch viel mehr. Rein theoretisch ist es möglich, Radiosendungen zu bebildern. Das heißt, Armin Hinze von MDR 1 Radio Thüringen moderiert Ihre Lieblingssendung und Sie können sich sein Porträt anwählen. Oder Sie wollen die Akteure der Sendung Musikanten kennen keine Grenzen sehen? Kein Problem. Heute bereits möglich und für die Nachrichten des Thüringen-Journals fast täglich genutzt. Die sofortige digitale Bildübermittlung per D1-Mobilfunknetz. Die Fotos des Fotografen können nicht nur zum Computer des MDR, sondern bald auch direkt auf den DAB-Bildschirm im Auto übertragen werden. Man steht also im Stau und kann gleichzeitig den Unfall betrachten, der zum Stau geführt hat. Eine Vorstellung, mit der man sich hier nicht anfreunden kann. Bei MDR 1 Radio Thüringen geht es bei DAB zunächst um Übertragungsmöglichkeiten mit hoher Qualität, wenn alles funktioniert natürlich. Und es könnte einmal sein, dass DAB sowie UKW die Mittelwelle abgelöst hat und heute alle Leute UKW empfangen, dass DAB einmal UKW ablöst und wir eine viel bessere Klangqualität im Radio haben. Ob nun beweglich oder zu Hause, beides ist möglich. Mehr Qualität und mehr Informationen, dafür sorgt DAB. Für die Fahrsicherheit kann nur Vernunft sorgen.